Also, ich werde mal aufsteigen, Jan, also... Ja, das ist gut, das ist eine gute Idee, dreh dich mal. Dreh dich mal. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, ja, kannst du stehenbleiben, kannst du stehenbleiben. So. Höchstschleife, wenn ich einfach durch den Weltraum katapultiere, zoweit ich versuche, da irgendwas zu machen. Mal sehen. Mal sehen. Nee, ich zieh mich nur ran, aber ich glaub, das bedeutet mein Tod. Kann ich dich zurückziehen? Nee. Nee, okay, das wird nicht funktionieren. Ja, das ist ein Punkt. Die Sache ist einfach, deine Frasters sind halt gezündet, ich seh's halt. Die alle... Vielleicht kann ich das ja mal probieren. Oh shit, oh, hm. Ja, ich bin tot. Alles klar. Oh, Jesus. Ich weiß echt nicht, was die da gemacht haben. Also, ich hab einfach... Zurück mal einfach kurz, wenn man das fett gedrückt hat und aufstehen? Ich bin schon aufgestanden, das ist es ja. Achso, da bist du jetzt irgendwo irgendwie umgefahren. Ja, ich... Ja. Ich weiß noch nicht, eigentlich ist das was Schwachsinn. Das hätte nie im Leben geklappt, das Schiff so runter zu slowen. Höchstens hätte ich noch mein Schiff gehabt, mit dem EMP vielleicht deine Motoren ausschalten können. Oh ja, das hätte höchstwahrscheinlich funktioniert. Nee. Nee, ich glaub, das... Ja... Nee, ich glaub, das jagt dich auch sonst wohin, ey. Oh, party member solely has committed homicide against you. Ähm... Press right bracket to decline. Please. Oder? Oder, oder, oder... Warte mal. Hieß es accept, um nicht zu verfolgen. Ich hab's nicht gelesen. Ich mach mal sepoku, ey. Mach mal. Wenn du im Knast aufwachst, weißt du, dass ich die falsche Knopf gedrückt hab. Weil das überhaupt funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, ob's funktioniert hat. Ich hab richtig lange Backspace schon gedrückt. Ja, hab ich ja schon. Ihr werdet einfach beide explodieren wissenscheinlich. Ja, ich hab ne Explosion gehört. Wow, und Tobi? Du immer noch am drehen? Ich komm zu meinen... Ich komm zu meinen Sinn gerade. Vielleicht hast du das ein bisschen langsamer gemacht. Er scheint so. Ich komm auf jeden Fall zu Sinn. Jesus Christ. Nee, ich verliere wieder die Sinne. Oh komm, bitte bring mich einfach um. Kann ich nicht, wenn ich dich selbst umbringen mit Backspace gerade? Boah, und das Ding ist, Tobi kann ihn grad nicht dismissen, weil er unwichtig ist. Ja, und ich kann anscheinend nicht mal selbst hart begehen. Das war doch Backspace halt. Ja, Backspace, Digga. Halt dich die ganze Zeit gedrückt, es passiert nichts. Mein Team ist ganz entspannt weiter. Dann musst du einmal raus und wieder reingehen in die Mission würde ich behaupten. Exit Menu. Alter, was war das denn schon wieder? Aber es sah lustig aus, komm. Ich hab's leider nicht gesehen. Steck einfach vor der Sch... Was ist schon wieder? Die Sache ist ganz entspannt. ... ... ... Vielen Dank.